Meine Damen und Herren, am Schluss dieser Reihe steht der Pianist, der als der Avantgardistischste gilt, der trotzdem eine Beziehung zu Duke Ellington hat. Er hat sein Quartett mitgebracht und ich werde Ihnen die Mitglieder vorstellen. Altsaxophon Jimmy Lyons. Jimmy. Tenorsaxophon Sammy Rivers. Schlagzeug Andrew Cyril. Und Klavier Cecil Taylor. Applaus Applaus Musik 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 Vielen Dank. 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 Musik 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 Ah! 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020